Ja, ich glaube, war das Verstahlauge. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Deswegen werde ich es auch nicht ansprechen. Er hat sich echt breit gemacht und hat mich dann ausgebremst. Ich bin natürlich hinten raufgefahren. Und dann konnte ich mir irgendwann holen, weil er dann in der Außenlinie war. Vier Runden für den Arsch. Ja, gut, ich wäre wahrscheinlich mit Strelok hätte ich mich vielleicht bekämpfen können, aber das war es dann auch. Best Time, zwei Minuten, 0-0, 2-8-0, aber ist okay. 2-1-2. Akzeptabel. Wo seid ihr jetzt gelandet? Rifter. Matzl, du warst hinter mir dann, ne? Sechster. Box, du mächtest, ich kotze, ey. Da ist irgendwer in die Box geknallt, habe ich gehört. Oh, das Auto verzeichnet, sieht aber kaputt aus. Dafür war er schnell. Oh. Oh. Ver pieles. Oh. 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 Ice. Vielen Dank. Schnellwiederholung speichern. Vielleicht funktioniert es ja auch. Schnellwiederholung speichern. Schnellwiederholung speichern. Schnellwiederholung speichern.